Er lebt ein fantastisches Zeichentrick-Abenteuer voller Gefühle. Peppolino! Die Abenteuer des kleinen Peppolino. Eines tapferen Jungen, der einen Schatz sucht und dabei die große Liebe entdeckt. Du, du bist gar kein Traum. Aber nein, ich bin Mora. Auf seiner fantastischen Reise über die sieben Meere muss Peppolino sich nicht nur gegen den dicken, raffgierigen Käpt'n Barberluck behaupten. Ich will die Karte. Was ist das? Sondern auch gegen die böse Hexe Hildegard und ihre gemeinen Seeräuber. Wir schnappen uns die Karte und machen Hackfleisch aus, Sie! Doch zum Glück hat auch Peppolino Verbündete gegen diese gewaltige Übermacht. Einen Papagei. Gestatten, Don Poco, Sir. Eine Ratte. Das ist Emil, die letzte Schiffsratte. Und natürlich der Promenadenmischling Jakob. Au! Oh! Ob Peppolino es schafft, die bösen Mächte zu bezwingen? Nein! Und wer hat die Schatzkarte wirklich? Antwort gibt dieses tolle Zeichentrickvergnügen. Ein Spaß für jung und alt. Die Abenteuer des Peppolino. Paulino. Die Abenteuer des Peppolino. Die Abenteuer des Peppolino. Die Abenteuer des Peppolino. Die Abenteuer des Peppolino. Die Abenteuer des Peppolino.